Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Wir haben von Liquid Treasures, ein Teil von deren Entomologie Serie, ein Warthead. 1900, steht auf der Etikett, zwar 87, stimmt nicht, 97 bis 2018, also eine 21 Jahre alte, 55,5%ige Ex-Bourbon Hogshead Teaspoon Whisky. Warthead ist eine Codename für Glenfiddich. So, man tut ein Tropfchen Belvini dazu und dann macht das in der Glenfiddich und man darf das unter den Namen von Glenfiddich nicht abfüllen, aber man darf seinen eigenen Namen nicht nehmen und seit Jahren ist Warthead W-A-R-D-Head, einfach der normale Namen dafür. So, ich habe hier auch eine Flasche Warthead, also Vintage 97, allerdings hier von Annam Nahalalba und das ist ein Speyside Blended Scotch Whisky, Blended war halt eben ein Teelöffel in der ganzen Faske reinkommt. Das wurde destilliert am 20. Februar 1997 wurde abgefüllt, denn tatsächlich am 22. März 2018 und das war der Bourbon Hogshead, irgendwie sehr ähnlich. Ich habe Kask Nummer 1 und wir haben das hier, ich habe Flasche Nummer 187 von 346. Das ist allerdings mit 54,8%. Also der hat hier ein paar Umdrehungen mehr, das wird mein Control Whisky sein. Ich habe ein Video dazu gedreht mal und ich habe alle Kosten aufgelistet, die entstanden sind hier bei Tom da in Oberhausen und einige Leute fanden das ganz doof, denn Tom verkauft diese Flasche für 120 Euro. Ich habe, weil ich an ein Fassteilung teilgenommen habe, 43 Euro pro Flasche bezahlt und viele fanden das ganz doof, dass ich jetzt hier diese Zahlen alle an der Öffentlichkeit mitgeteilt habe. Ich habe an Tom bin ich herangetreten und ich habe gefragt, Mensch Entschuldigung, ich habe gesagt, scheiß drauf, die Leute sollen das auch wissen, denn die sollen auch bei der Fassteilung machen. Was ich für meine Flasche nehmen, ist egal und von daher, das ist auch gut, denn die Flasche hier kostet 89 Euro, die kostet hier im Einzelhandel 120 Euro. Der normale Preis ist zwischen 110 und 120 Euro für ein 21 Jahre alte Teaspoon Glen Fiddich. Also von daher ist das extrem billig, wenn man darüber nachdenkt, fast 30 Euro billiger, aber schmeckt es besser. Die Flasche war auch absolut bombastisch. Ich habe die so gern gehabt. Ich habe das hier auch bei meiner Flaschenteilung, nicht Flaschenteilung. Ich habe hierbei meine am Whisky Abend, Verkostungsabend auch rausgeholt. Die Leute haben das gehabt und sagte, Jason, warum ist das nicht Teil von unserem Verkostungsabend? Ich sage, ja, ne, also das war der Bonus Whisky in dem Abend. So, wir fangen einfach mal an hier mit unserer Liquid Treasure, unser Entomalogy, ähm, Warthead 97 bis 2018. Ah, Bourbon, Ex-Bourbonfass, vanillig. Oh, da muss ich schon sagen, der ist ein bisschen anders. Das ist süßer, wohliger und das ist ein bisschen stärker und auch, ähm, eckiger werde ich noch nicht sagen, kantiger auch nicht. Kräftiger, was nicht schlecht ist. So, ich frage mich ganz ehrlich, wie das zustande gekommen ist, dass es dann diese beiden Fässern gab und noch ein drittes Fass gab. Ich glaube, irgendein Whisky Broker, das ist so ein Zwischenhändler, hat tatsächlich irgendwo gebunkert, vier, fünf verschiedene, vielleicht sogar zehn, zwanzig verschiedene Fässern damals. Einfach 97 abfüllen lassen, die einfach mal als Teaspoon erklärt, lange liegen lassen und sagt, okay, 21 Jahre sind um, verkaufe ich. Und die haben Leute gefunden, in Deutschland, vielleicht in Holland, vielleicht in England, vielleicht in Spanien, vielleicht in Polen, vielleicht in Amerika, wer weiß. Und man füllt es einfach dort, was schottische Whisky muss in Schottmann abgefüllt werden und dann abgewickelt werden und dann verschifft das auf die ganze Welt. Ja, ich habe gerade geschaut hier bei Whisky Base und ich habe tatsächlich ungefähr 13 verschiedene Fässern da drin, alle 97 abgefüllt, alle 55 bis 51 bis 44, 54 herum, alles denn dort aus dem Jahr 97 und die wurden alle jetzt hier 2018, 2017, paar 16, eine 15 abgefüllt. Also genau meine Vermutung, dass das wahrscheinlich allen vom ähnlichen oder selben Broker kommen. Auch ganz interessant, dass sie viele, viele haben 88, 87 Punkte denn dort tatsächlich hier beim Whisky Base auch bekommen. So von daher, das ist eine gute Sache. Auch hier habe ich 88,2 Punkte. Hier habe ich ähm, so, ich habe fast nur mit 2, 88,1. Also, tut sich nicht sehr viel. So bei der Nase würde ich mir der süße, weichere, einfach ein Tick besser gefallen. Ich probiere mal. Ich mache Glenn, finde ich. Ich mache Glenn, finde ich, unabhängig, abgefüllt. Ich mache Warted Teaspoon. Mh, wäre es gut, aber am Ende ein kleines bisschen Fass ist dann da. Ich gönne mir ein bisschen Wasser und gehe ich da hin. Mh, Vanille am Ende. Superschön. Mh, ich muss ehrlich sagen, hier der Warted vom Oberhausen gefällt mir ein Tick besser ohne Wasser. Jetzt bekommen beide hier ein paar, ein bisschen Verdünnung. Ich versuche 46, 48 Prozent hier zu treffen, ähm, zu sehen, wie sie sich da entfalten. Mh, Barrel Char kommt mehr durch. Hier auch, wobei da kommt tatsächlich ein bisschen mehr auch am Gerste, ein bisschen mehr Distillat-Moment dabei auch heraus. Liquid Treasures, also ein echt toller Abfüller. Auch da habe ich mit ihm auf Deutsch sogar ein Video mit der, ähm, Gründer von Liquid Treasures ein Video-Interview geführt in Limburg. Auch da habe ich von ihm dieses Sample gekriegt. Nochmal Dankeschön dafür. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir vielleicht sehr, sehr gut, aber das ist so. Mh, mh. Ah, 43 Prozent ungefähr. Ein bisschen süßer dadurch, ein bisschen weicher, ein bisschen bekömmlicher, ein bisschen, ich kriege auch ein bisschen mehr Fenchel und Anis da raus, ähm, als eine schöne, schöne Sache. Ja, Fenchel und Anis. Ich habe dann den, vom Glenfiddich habe ich den New Make mal probiert. Ich war auch in Limburg, hab dann da der Glenfiddich, ähm, 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 Whisky-Erfahrung mit Essen da gebucht abends. Und der, ähm, der Brand Ambassador für Deutschland, Markus, keine Ahnung, hat dann tatsächlich uns durchgeführt. Und ich dürfte auch mehrfach auch von der New Make da probieren. Und das ist das, was jetzt hier durchkam. Sehr, sehr schön. Hier rüber zu der Oberhausen. Fast identisch, allerdings, dieses hat ein bisschen das Wasser besser vertragen. Vielleicht habe ich ein bisschen weniger Wasser reingetan, verhältnismäßig. Also, jetzt bin ich gefühlt eher bei 48 und da war ich eher bei 43. Uh, da hat das echt richtig schön bestanden. Also, richtig gut. Also, Liquid Treasures, Entomologie, Warthead, 97 bis 2018, eine 21 Jahre alte, 55,5 Prozent, ähm, Ex-Bourbon Hogshead für 89 Euro, Whisky-Base Nummer 110455, ist eine Whisky, der eine 2 bekommt. Kein 2 minus, 2, kein 2 plus, 2. Preis-Leistung, 2 minus, minus. Das hier bekommt ein 1, weil ich eine Fassteilung gemacht habe. 43 Euro kann man nicht schlagen. Das Zeug ist absolut cool. Der ist allerdings, und das habe ich auch gesagt in meinem Video, absolut überteuert für 120 Euro. Der kriegt sogar nicht mal ein 2 minus, der kriegt ein 3 bis 3 plus hierfür. Dennoch ist er sehr, sehr gut. Das hier ist wesentlich besser vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb muss ich auch ehrlich empfehlen, also wenn du ein Warthead suchst, der 21 Jahre alt, eine Glenfieldig Teaspoon, geh hin zu Liquid Treasures. Finde diese Whisky, gibt es immer noch ein paar Flaschen davon, 89 Euro, keine 90 Euro, absolut mega. Ja, richtig, richtig. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, geh zu whiskeybase.com, ein Wort, .com, geh, tipp dir Nummer 1104551 und auf der rechten Seite seht ihr die Händler, die es noch anbieten. Klick darauf, der Preis steht daneben, bestell es da oder geh einfach mal zu deinem Händler vor Ort und sag, hey, Whisky Jason hat gesagt, ich soll der 97er Warthead von Liquid Treasures haben, hilf mir. Auch da sind die bestimmt sehr dankbar und sehr froh, auch euch da zu helfen. Meine Frage ist, welche Teaspoon-Whisky gefällt euch am besten? Also es muss nicht ein Warthead sein, es kann alles mögliche für Teaspoons sein. Ich glaube, der Williamson ist ein Teaspoon und ich habe die ganzen Namen echt noch nicht drauf. Sorry, Leute. Ich steige langsamer, aber sicher in unserer Welt vom Scotch ein, aber alle Details habe ich noch nicht. Da bin ich noch am Arbeiten. So, welche Teaspoon-Whisky gefällt euch am besten? Bisher muss ich sagen, Warthead absolut unschlagbar für mich. Gerade der 21 Jahre alt ist eine tolle Sache. Tom, Dankeschön dafür. Mr. Liquid Treasures, Dankeschön dafür. Und ich werde einfach mal jeden Tag ein Video weiterhin rausbringen. Sonntagabends, 21 Uhr, Livestreams. Und ich bedanke mich immer wieder, dass ihr liked, abonniert, anderen erzählt davon, auf meine Sample-Liste schauen. Also hiervon gibt es vielleicht ein bisschen was. Ha ha ha. Und auch, denn da tatsächlich auf Amazon was anders klickt. Denn das hilft mir immer wieder mal, neuen Scotch mir gönnen zu dürfen. Okay, tschüss. Bis morgen. Whisky Jason hier. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.